Jetzt Wunderbare Begrüßung auf jeden Fall von dir, Hackfresse Also, ich begrüße euch zu diesem wunderhübschen Part hier, ihr Hurenzöde Ja, hallo! Klicks, jetzt sind sie alle schon wieder weg Coolin' One! Wie hast du das jetzt gemacht? Der hat einfach seine Titten rausgeholt Ja Und ich gehe einfach mal vor David Was macht ihr in Noobs da? Boah, Mann, was für Noobs Hab ich noch den Kristall bekommen? Ja, tatsächlich Den hab ich nicht mal berührt Easy win Abonniert mich Ich glaube, Hunter You müsste vor mir sein Willen den Kristall Ja, glaub ich auch Nein Oh, wir müssen David moppen Oh, nein Er hat es auf jeden Fall nicht verdient zu gewinnen Naja, ich schaffe es, glaub ich, nicht mehr Ich werde, glaub ich, jetzt da Okay Komm Oh, die Spinne, Alter Richtig gegnerhaft Ja, so richtig Hackig Oh, okay Das ist jetzt eine neue Erfahrung Mit den Gegenwind Tatsächlich Ich glaube, das ist die Hackfrisse sehr gut Weil da Der haut ja eh immer drauf Wo ist eigentlich die Hackfrisse? Da Ich bin Ich bin bei der Spinne Ah, diese scheiß Gegend Warte Jetzt bin ich in David Schuhen reingeprallt Ach, da seid ihr beide Ja Aber warte mal Ich will mal die Map angucken Da untenrum Oh, untenrum wäre natürlich auch voll cool Ich bin wieder bei der Spinne Ja, super Oh nein Ja, super Schwann eine Runde Er hat seine Kinder Aber Leute, wisst ihr was schlimm ist? Er hat sein Kinderzimmer nicht aufgeräumt Ja Das Kind ist nicht sauber Halt, stopp Komm Nein Komm und spiel mit mir Amiibo Ich hatte eigentlich alle inkompetent Für diese Kacke Hä, wieso kann ich das nicht reinschlagen? Weil er Gegenwind ist Was? Wieso? Tagfrisse mal zwei Ich hab den Kristall geschnappt Mit Rauch Mit Rauch Betrug Tschüss Illuser Ähm Was? Verstehe ich da jetzt irgendwas nicht? Oh mein Gott Ist das assi Weißt du das? Ah, okay Jetzt weiß ich Was zu tun ist Oder auch nicht Ich kapier's nicht Hä? Ich kapier's nicht Oh, fuck Oh, Moment Kann man gar nicht Ja, ich hab's jetzt auch kapiert Hä, aber was bringt es dir dann? Du Arschloch Hä? Hä? Oh nein Wir schaffen das nicht Verdammt Der hat die Entfernung Hä, das muss doch gehen Mom, wisst ihr was ich die ganze Zeit probieren wollte? Von hier aus in das andere auch Ja, aber es geht nicht Echt? Ja Moment mal, hat's die Haltklasse geschafft? Nö Ja, ich, tu mir leid, ich hab die Mäbe Keine Haltklasse Ha, ich hab am meisten Punkte Warum auch immer Ja Blöde Map Gibt ein D-Abo Ja Okay, ich könnte's Twitch durch Oder ganz viel Geld einsammeln Man, ihr Wichser Aua Aua Hachfresse Nein Das war zu fest Alter, mach den Sound mal leiser Alter, mach den Sound mal leiser Hallo Mach jetzt ohne nichts Ich geh wieder zurück Mach mal bitte den Sound leiser Geht jetzt nicht, ich muss spielen Jetzt bitte Geht jetzt, wir aber wirklich nicht Halt, stopp Über deine Schwester riecht sich auch keiner auf Ja, die ist ja auch grad leise Tu's wenigstens für den Part Geht doch gar nicht im Zimmer, du Fischkopf Ach, hast du sie umgebracht? Da unten spielt keine Rolle David hat seine Schwester umgebracht Oh mein Gott Oh mein Gott Wenn der Hackfresse das echt schafft Dann, äh Kauf ich dir was Hackfresse Nehme ich die Kuh Noch einmal Nö Nö Ich will das spielen Hubschrauber Ein Hubschrauber Ist ja bestimmt cool im VR I am the one Aha Oh yeah Aha Oh yeah Aha Oh yeah Ich debb grad die ganze Zeit Aha Oh yeah Ach warte mal, die sind ja out, ne Scheiße Wer von euch Luschen schafft es als erstes da rein zu gehen Hackfresse, die immer zu fest ballert Ich auch Er ist außen ausgegangen, wie hat er denn das hinbekommen Ja David geht jetzt sicherlich rein Nö, er geht wieder zurück Nein Schade, dass du nicht fester geschossen hast Leck mich Hä Nein Hä, jetzt musst du doch nur volle Karte reinballern Ja, hab ich gemacht, aber dann wurde ich schon wieder Das war zu fest Ah, doch nicht Jetzt auf einmal Oh, David rollt auf Scheiße David rollt auf Äh Okay, wir starten von Von dort Hi Oh, ich bin unter der Map Ich mag dieses Item echt nicht Ich hasse es Ja Hallo David Ey, ich bin drüber Als ob Ohne das Ding Doch, ohne das Ding Ich nicht Ich nicht Oh, verdammt Jetzt bin ich raus Okay Out of bounds Hat es jemand schon geschafft Äh, ich bin gleich Was? Ich bin schon wegs durch Verdammt Dein So müsste es reichen Der Let's Play-Effekt Oh Ist echt so Den gibt es leider Oh Leute Alter, die Halbkasse könnte ich sogar noch aufholen Alter Das wäre irgendwie jetzt voll geil, wenn er das gewinnen würde Also ich würd's nicht gönnen, ehrlich gesagt Aber nur für die Klicks Ja Wo wolltest du das? Was? Aber ich lasse es nicht zu Na Nein Nein Aha Tschüss Mann Hackfresser, du machst mir so einen Scheiß Endlich Würdi Ah, schade Trotzdem hab ich gar keinen großen Unterschied mehr gemacht Ja gut, aber eigentlich hab ich gewonnen Also ich baue jetzt scheiße Oh, ich will die Pizza haben Pew Hab ich schon verkackt eigentlich? Ne Und tschüss Also safe hab ich jetzt gewonnen Hackfresser? Ne, schafft er auch nicht Wer hat mir erschießt, wenn die Schranke zugeht Schade Ich bin der Xbox-Controller im Hintergrund, ne? So, eine Runde haben wir noch, gell? Was? Alter Oh mein Gott Wieso? Also ohne Scheiß Wieso hat er auf einmal Ey, man schafft tatsächlich 4000 Punkte, ne? Ganz leicht Okay, jetzt muss ich grad überlegen Ich muss mir die Karte angucken Ich darf jetzt nicht failen Also, ja Das gibt's gar nicht Ach, das ist gut so Nein, 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 nein Komm Oh, Kristall mitgenommen Oh, Kristall mitgenommen Nein Nein Was tue ich da? Ich bin schon durch Yes Ich bin echt grad gespannt Aber ich hab Wie viel Punkte hast du? Ich hab 8000 Ich hab 9.240 Okay, dann bin ich erster Oh, aber ganz knapp Damit, was war mit dir los? Oh, ich weiß es nicht Nice Aber Hackfresse, Respekt Jetzt sagt er nix mehr Ich hab nur ein bisschen ruhiger geschmiert als sonst Ja, man hat's gemerkt Es hat echt viel gebracht Gut, David, du hast das letzte Wort Weil du der Noob bist Ach Gott Na gut Dann sag ich nur Gute Nacht Und schlacht schön Bis zum nächsten Mal Lutsch mein beharten Sack Ihr Ver-